Hallo Leute, der Sozi! Und zwar habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen, dass ich den neuen Helden, den 300.000 Gems Helden abgegriffen habe. Und es gibt ja auch noch einen anderen neuen Helden, den gibt es für Shards zum kaufen. Und zwar kostet er 19,99 €. Hier wird Sirene genannt und kann Schaden austeilen an 3 Gegner, die sich davor befinden. Ja, und reduziert den Schaden für 5 Sekunden, CD, also der Cooldown für 5 Sekunden und hat von Haus aus 5 von 5 Slowdown drauf. Kostet eben nicht ganz 20.000, ihr seht ich habe über 100.000 Shards. Ich werde jetzt mal den neuen 300k Helden auf 9 von 9 bringen und das instant. Und dann dürfte eigentlich nicht mehr viel fehlen und dann hole ich mir den Shards Helden auch noch. Aber das seht ihr dann früh genug auf dem Channel. Also, ich setze mich jetzt mal ran, das wird sicher länger dauern, bis ich auf 9 von 9 bin. Aber sobald ich es habe, melde ich mich wieder. Und ihr könnt dabei sein. Tschüss! Schaden.